Hallo und herzlich willkommen bei MAPCO TV. Heute will ich euch zeigen, wie man fachgerecht eine Zündspule wechselt. Eine defekte Zündspule verursacht Motoraussetzer und einen unruhnen Lauf. Die Zündspule erzeugt den Zündfunken. Dazu benötigt sie allerdings auch noch ein Zündkabel, den Zündkerzenstecker und die eingebaute Zündkerze. Moderne Fahrzeuge haben heutzutage eine Einzelfunkenzündanlage bzw. Direktzündanlage. In diesem Beispiel ist Zündkerzenstecker und die Zündspule ein Teil. Kerzenschachtzündspulen bzw. Steckerzündspulen. MAPCO Autotechnik hat ein breites Sortiment an Zündspulen. Das heißt Steckerzündspulen, Kerzenschachtzündspulen, Zündspulenleisten, Blockzündspulen und die klassische Becherzündspule. Diese findet ihr unter www.mapco-autoteile.de. Beim Ausbau der Zündspule ist äußerste Vorsicht geboten. Das Zündsystem arbeitet unter Hochspannung und ein Fehler kann fatale Folgen haben. Der Motor darf auf keinen Fall laufen. Der Zündschlüssel sollte abgezogen sein und entfernt auf jeden Fall den Minuspol der Batterie. Die Zündung ist aus. Der Minusbatteriepol ist abgeklemmt. Ich beginne mit der Arbeit an der Zündspule. Entferne als erstes den Stecker der Zentralelektrik. Danach ziehe ich die Zündkerzenstecker ab, entferne die Kabel aus ihren Führungen. Danach löse ich und entferne die Befestigungsschrauben der Zündspule. Ich habe mir beide Zündspulen auf den Wagen gelegt, kann jetzt Zündkabel für Zündkabel wechseln, verhindere dadurch, dass ich eins vertausche und der Motor nachher nicht läuft. Im gleichen Arbeitsschritt schaut ihr euch die Kerzenstecker an. Wenn diese verunreinigt sind, solltet ihr sie sauber machen. Die Zündung gehört zu den wichtigsten Bestandteilen des Motormanagement. Der richtige Zündzeitprogramm, wird vom Motorsteuergerät vorgegeben. Es greift dazu auf ein gespeichertes Zündkernfeld zurück. Synchronisiert wird die Zündanlage durch einen Nockenwellen- und Kurbelwellensensor. Jetzt setze ich die Zündspule wieder mit den Befestigungsschrauben an und ziehe sie mit ca. 10 Nm fest. Danach nehmt ihr die Zündkabel und steckt sie auf die dafür vorgesehene Kerze. Das ist in unserem Fall recht einfach, da jedes Zündkabel eine andere Länge hat. Als nächstes stecke ich den Anschlussstecker der Zentralelektrik wieder auf, bis er fest einrastet. Danach setze ich den Batteriepol wieder auf und ziehe diesen fest. Das vollelektronische Zündsystem ist nahezu wartungsfrei. Das einzige, was regelmäßig gewechselt werden muss, sind die Zündkerzen. Achte dabei auf den Wechselintervall des Fahrzeugherstellers. Das war der Wechsel der Zündspule. Ihr seht, auch das ist keine unlösbare Aufgabe. Gute Fahrt auf allen Rädern wünscht euch der Schrauber.